Wow, ich habe zwei Slots. Ich kann zwei Slots voll machen. What the hell? Das ist ja nichts. Einfach einen Kühlschrank speichern, auch eine coole Idee. Ja, aber die Idee, dass wir nur zwei Slots im Rucksack haben müssen. John, schau mal, was ich gefunden habe. Unten grün und oben blau. Ja, toll. Wir sind jetzt am Arsch wegen dir, weißt du das? Äh, was ist denn das? The fuck? Der Kühlschrank ist sauer auf uns. Renn! Hier, nimm das. Yes, Schluck. Wow, der schießt auf mich. Oha, du Arschloch. Hm, der schießt hier. Du dreckige Schüft. Der zermeift mich. Warum sind hier Haushaltsgeräte am Ausrasten? Ja, ich habe ein Herzchen. Optimus Fridge ist kaputt. John! John, wo warst du? Oh fuck. John! Was? Was ist los? Alles in Ordnung? John? John! Es ist da jemand. Hilfe! Wer bist du? Ich bin du, Sam. Bitte, bitte, hilf John! Ich fürchte, nur du kannst es tun. Der einzige Weg zum Licht ist die Dunkelheit zu durchdringen. Was? Warte! Darkness. Die Dunkelheit durchdringen. Was? Ich spiele Sam gerade? The fuck? Sie ist ein Super-Sage und ich wusste es. Du hast Energieblase gelernt. Und wer ist sie? Warum hat sie solche Fähigkeiten? Pilze! Ah ja. Das Pilzmädchen. Das ist ja cool. Aber sie kann halt nicht wirklich kämpfen oder macht das auch Schaden? Ich probiere es mal. Oha! Die werden eingefroren. Die leften. Die leften. Die leften. Waren sie den. Möden. Ist ja cool, dass ich sie auch spielen darf. Wow! Ich habe das Gefühl, sie ist schon an der Oberfläche vorher gewesen, dass sie dort vielleicht geboren ist. Und vielleicht haben die an der Oberfläche irgendwelche Kräfte oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Was ist das jetzt? Wieder eine Sackgasse. Sieht aus, als müsste ich da ran. Das ist ein Katana, oder der? Jakst du wieder alles in die Luft? Bist du sicher, dass das hier eine gute Idee ist? Keine Sorge, ich werde genau die richtige Menge Sprengpulver verwenden. Such dir einfach einen sicheren Ort als Versteck. Gut, ich gebe dir eine weitere Chance. Hallo, Lokicin. Jetzt geht das wieder los. Fünf, vier, drei. Der Timer war wohl nicht ganz richtig berechnet. So wie immer, meinst du? Wow, Izzy. Das ist unglaublich, die Entdeckung des Jahrhunderts. Wo sind wir? Eine Stadt? Das war aber jetzt eine Person, die wir nicht aus dem Untergrund kennen. Das ist wohl süß, wie sie rumtapselt. Oh, wir sind wieder da zurück. Lass mir eine Flasche übrig, ja. Meine Sammy. Wo kommst du denn plötzlich her? Das kann nichts Gutes bedeuten. John, John ist immer noch da unten. Nur ein paar Kratzer, die verheilen schnell. Das größere Problem ist, da sie in den verbotenen Landen waren, wenn der Bürgermeister das herausfindet. John, was kann ich tun, um zu helfen? Lass mich überlegen. Etwas Gel sollte helfen. Gel? Verstanden. Aber es gibt ein Problem. Die einzige Person, die sowas haben könnte, ist dieser Quacksalber-Doktor in der Bar. Du meinst Boguta? Verstanden. Ich frage ihn. Töpsel, 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 töpsel. Sie ist irgendwie niedlich. Sie denkt zwar nicht nach, was sie da tut, aber trotzdem ist sie irgendwie süß. Was machst du hier noch, Sam? John ist verletzt. Mach dir nicht zu viele Vorwürfe. Ja, hier unten müssen wir alle bestimmte Dinge einfach tun. Was machst du hier, Kleine? Boguta ist schon los, um John zu suchen. Hast du ihn nicht gesehen? Verdammter Idiot. Hat sich bestimmt wieder verlaufen. Geht zur Mine. Bestimmt wird er da unten irgendwo umher. Oh ne, warum ist der jetzt in der Mine? Wieso? Ich will hier raus. Die werden sowieso jetzt richtig Ärger noch kriegen, ne? Vom Bürgermeister. Hm. Ich weiß leider nicht, wo der sein könnte. Ich hoffe nicht, dass er jetzt wieder diesen ganzen Weg zurück ist. Wenn er überhaupt hier unten ist. Hm. Hier ist nichts. Keine Ahnung, wo der rumeiert. Ah. Bin mal auf Kaisklau. Was, ihr wart in den verbotenen Landen? Und John hat sich dabei verletzt? Keine Sorge, ich werde dem Bürgermeister nichts verraten. Euer Geheimnis ist bei mir sicher. Ah, wo ist denn jetzt der blöde Dude? Hm. Also hier unten ist er auf jeden Fall nicht. Also hier unten ist er auf jeden Fall nicht. Ich bin mir gefrucht, ich bin mir gefrucht. Ich bin da unten. Ich bin da unten. Ich bin da unten. Ich bin da unten und bin da unten. Und bin da oben. Ich bin da oben. Eine Kiste. Juchu. jetzt ergibt es auch sinn mit den pilzen und dem blümelis jetzt kommen die ganzen gegner und er ist auch hier wirklich siehne an johns kleines mädchen ich war gerade auf dem weg zu euch ich habe mich wohl ein wenig verlaufen was geht natürlich bitte sehr gut nun was du auch immer tust erwähne niemals die tene wer land wurde von dem bürgermeister wat was in deutsch du schmöpfel ich mag das wort es hat was ja was ich aber hoffe ist dass wir hier noch aus diesem loch rauskommen und wirklich nach oben gehen weil hier unten ist und die leute kann es auch alle knicken ich weiß zwar nicht was da oben abgeht weil die person wird die wir da auch getroffen haben die hatte ja auch eine waffe das heißt man muss sich ja da oben anscheinend wehren können hallo stefan wer weiß ob es da oben besser ist es sieht auf jeden fall schöner aus john ich hab das gehe großartig dann haben wir alles getan was wir konnten wird wird schon wieder gesund das was hängt ganz alleine von john ab john 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 bist du wach wo schau mal was ich gefunden habe los schon beeil dich glaubt er träumt das sieht nicht so real aus weil wo kommen wo kommen die sonnenstrahl noch her die so so Hmm. Domingos. Das hat ein bisschen was von so einem JRPG gerade gehört. Und Game Ende. Es fängt erst an, das Spiel. What the fuck? Alter, ich bin zwei Stunden in dem Spiel. Zwei Stunden. Das war einfach nur das Prolog. What? Okay. Spiel Eastward, haben sie gesagt. Das wird bestimmt ein süßes kleines Spiel, haben sie gesagt. Oh, okay. John. Du musst gesund werden, John. Wenn es dir wieder besser geht, dann gehen wir zusammen zur Schule. Und spielen zusammen Earthborn. Und dann gehen wir an die Oberfläche, John. Nur wir beide. Pass gut auf ihn auf, ja? John! Du meine Güte, wenn das nicht die Kleine ist. Keine Sorge, Kleine. Ich bin nur wegen John hier. Alter, der ist verletzt und ohnmächtig. Du siehst gar nicht so schlecht aus. Und ich dachte schon, du hättest dich ernsthaft verletzt. Weißt du, ich hab dich immer gemocht, John. Nein, wirklich. Du bist, wie soll ich es sagen, wie mein Sohn. Ein Arbeitstier. Okay. Aber. Du musstest einfach dorthin gehen, nicht wahr? Da geht es rauf zur Oberfläche. Du meine Güte. Du bist echt gesprächig, oder? Hast du eine Ahnung, Mädchen? In was für eine Situation du mich da bringst? Ihr lasst den Bürgermeister sehr schlecht dastehen. Und wenn der Bürgermeister schlecht dasteht, wird er sehr wütend. Wie lässt sich das wieder gerade biegen, hm? Wir haben nichts Falsches getan. John hat sogar alle Monster dort vertrieben. Oh, hat er das? Beeindruckend, John. Sehr beeindruckend. Das erinnert mich an was. Ja, ich kenne den perfekten Ort für euch beide. Wache! So. Alter, was ist denn? Hier scheint aber irgendwas nicht ganz so normal zu laufen, ne? Warum will der uns von der Oberfläche so fernhalten? Der will die Leute wahrscheinlich hier unten halten, damit er die Macht weiterhin hat oder so. Ah, die macht ja auch Geräusche. Seid ganz still. Irre, Herr Bürgermeister. Haben Sie sich reden hören? Das war wahre Kunst, der hat uns verraten, ne? Ihr lasst den Bürgermeister sehr schlecht dastehen. Und wenn der Bürgermeister schlecht dasteht, wird er sehr wütend. Nichts kann einen mehr erschrecken als unser Bürgermeister Hoffmann. Ich sehe nicht mal halb so wuchterregend aus. Nicht mal an meinen schlechtesten Tagen. Der alte John hat sich bestimmt in die Hose gemacht. Das reicht. Die Zeit für die Verbannung ist gekommen. Bereite alles vor. Jawohl, Sir. Wow. Ich verdufte nochmal wieder. Ihr Ekling, Alter. Warte. Gibt's sonst noch was? Ich möchte ein wenig... Was? Oben? Ja, proben. Okay. Oh, verschonen Sie mich bitte! Verschonen Sie mich, Herr Bürgermeister! Ich habe keine Hoffnung, jemals zurückzukehren, sagte Hoffmann. Das Game ist 40% heruntergeschrieben auf Steam aktuell. Ich habe das schon seit ein paar Jahren auf meiner Switch. Also bis jetzt ist es ja geil. Ich wollte es immer spielen. Jetzt hatte ich eigentlich mal die Zeit dafür. Denny, ich bin gekommen, um euch der Welt dort oben zu bringen. Was? Euch erwarten Dunkelheit, Höllenfeuer und klirrende Kälte. Was denn jetzt? Feuer oder klirrende Kälte? Eure Füße werden nicht länger heiligen Boden berühren. Unter euren Schritten werdet ihr nichts anderes als Gift finden. Und unerbittliches. Endloses, unerschöpfliches. Miasma! Okay. Wie kommt der jetzt auf Miasma? Wie klang das? Das war, ähm... Ja... Fantastisch! Verdammt, mir zittert noch immer die Knie! Gut. Ja, ein klein wenig Übung kann nicht schaden. Was passiert hier gerade? The fuck? Soll ich oder soll ich nicht? Tu es, Stefan. Dann Vermittlungsgebühren. Und dann unterstützt du auch noch die Entwickler. Das ist doch toll. Finger weg! Äh? Pass mein Baby nicht an! Huch? Wer bist du? Sei nicht so überrascht. Ich bin's, Jasper! Die Ein-Mann-Show! The fuck? In Fleisch und Blut! Jasper the Catra! Schockiert? Ein-Mann-Show? Hä? Was soll das sein? Sag bloß! Die Leute haben mich schon vergessen! Ähm, wie auch immer! Das sollte ein Baby sein? Sieht nicht wirklich nach einem Baby aus! Goldene Augen! Grell wie Scheinwerfer erleuchten das Verbrechen in der Dunkelheit! Frisches Blut! Ein lebendiges Zeugnis des vergangenen Kampfes! Niemand anderes als Earthborn! Der Nachtwandler! Earthborn! Das ist auch Earthborn! Kann nicht sein! Das ist so cool! Du magst Earthborn? Das ist mein Lieblingsspiel! Höher! Ich kann nichts sehen! Höher geht nicht! Was wiegst du? Eine Tonne? Was hast du gesagt? Hä? Karota? Aber meine Peilaufstelle wird nur größer! Das ist ja dein Problem! Das ist Karotas Stimme! Sam! Sie ist hier! Sie haben euch nicht erwischt, oder? Sam ist da drin! Autsch! Das ist mein Kopf! Entschuldigung! Beilung! Sam Großauge hat gesagt, dass er dir da was geben will! Habe ich grad Fett genannt? Nee, das ist Stefan! Das ist eine Glücksmünze! Sie hat meinen Vater gehört! Vielleicht ist sie noch nützlich! Wie soll ich da reinkommen? Mist! Da kommt Hauptmann Tiger! Schnell weg! Idiot! Lass mich mal! Oha! Gute Nacht! Gute Nacht! Sind sie! Schlaf gut! Und Dankeschön! Sehr lieb von dir! Nachtwandler! Ich wusste, dass dahinter irgendein Durchgang ist! John! Schau mal John! Da ist ein Loch! Glücksmünze halten! Wow! John! John! Schau mal! John! Schau! Sie sagt seinen Namen sehr gerne! Kann das sein? Wartet auf mich! Nein! Oh Gott, es will! Hahaha! Wo sind wir hier, Jasper? Hier? Keine Ahnung. Aber jede Nacht habe ich von hier die seltsamsten Fischlaute gehört. Sie waren so laut, dass ich sie mit meinem Nachtwandler abgesperrt habe. Oh Gott. Oh, Nachtwandler. John, sehen wir uns um? Man kann ihn nie wissen. Könnte auch nach draußen führen. Immerhin haben wir unsere Bratpfanne noch. Was ist mit dir jetzt? Kommst du jetzt mit? Okay, du bist eh verloren. Mach mal. Rucksack ist ja voll, dann halt nicht. Wir speichern aber mal. Geheimnisse sind nur deshalb Geheimnisse, weil du sie kennst. Okay. Es ist immer ein neuer Text irgendwie. Das ist schon sehr cool. Wow, was ist zur Hölle? Ah! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Mit der Bratpfanne kann man sicher eine Ente braten. Ente-Shop-Sui, ja. Ich denke, jetzt muss ich wohl ran. Oha, ich konnte gerade nichts machen. Man ist so tot. Okay. 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 Bis später. Ach, so kann ich wechseln. Okay. Toll, dass mir das keiner sagt. Sag mal. Tagvieh. Na, jetzt kann ich wenigstens mal einen Hotdog essen. Da ist bestimmt der Schlüssel. Juhu. Warum sieht der Spind eigentlich immer aus wie so ein Sarg? Das ist nicht so Einladung. Da-da-da-da. 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 Oh mein Gott. Oh, neun Schlüssel. Na super. Das Gamer-Song an DLC. Ja, Pates. Das Gamer-Song. 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 Hier sind irgendwelche Eier, aber die sind schon geschlüpft. Das Gamer-Song. Das Gamer-Song. Das Gamer-Song. Ich bin jetzt im Sofa-Hausen. Das Gamer-Song. Das Gamer-Song. Neun Ei gefunden. Erinnert euch an das, was ich vorhin meinte? Das Paket, was zurück senden will? Ist immer noch ein Paketshop. Gerade bin Nachrichten gekommen. Innerhalb von einer Minute wurde es abgeholt, ins Paketzentrum gebracht und Amazon zugestellt. Okay, have a nice day. Die Eier schlüpfen ja. Das ist ja widerlich. Der schmeißt mit so einem Viecher auf mich. Die Eier schlüpfen. Die Eier schlüpfen. Die Eier schlüpfen. Die Eier schlüpfen. Ich glaube, ich werde aber heute nicht so lange gleich halten. Geht schon so schnell? Ja. Schon heftig. Herzchen voll aufgefüllt. Verständlich. Ja, ich war um acht schon auf den Weinen. Habe sowieso kaum geschlafen, weil es so fucking warm ist. Ich muss jetzt aber auch direkt ins Bett nachher noch kurz wach bleiben. Ja, fühl's. An deiner Stelle würde ich das nicht tun. Du schon wieder. Verschwinde. Ich werde nie wieder auf dich hören. Bäh. Wie süß. Schnell hinterher, wenn ihr was zustößt. Oh nein, dein Ernst jetzt? Sie wird nie wieder auf sie hören. Jetzt ist sie schon wieder in Gefahr. Oh, John. Oh. Na toll. Super. Das ist alles sehr toll gemacht. Meine Kleinkinder. John. Hier drüben, John. Oh, okay. Jetzt kann ich. Das wechseln. Oh mein Gott. Nein, warte. Das mache ich jetzt nicht. Wir gucken mal erst, was passiert. Oh mein Gott. Nein, warte. Nicht so schlimm, wie du dachtest. Hätte ja sein können. Nein, nimm die Bomben, nimm die Bomben. Ah, okay. Oh, okay. Oh, okay. Äh, warte mal. Ich muss ja selber da rüber. Kurz auf Kartelefon, okay. Wow, 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 das war Knap. Er erinnert mich an It Takes Two. Ja. Das soll auch richtig gut sein, das Spiel. Ich kenne nur ein bisschen, das wollte ich eigentlich auch immer spielen. Das ist schon süß. Aber viel habe ich auch nicht gesehen. Ja, aber ich wollte das halt selber auch noch spielen. Mal gucken. Irgendwann. 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 1050. Ah, diese kreativen Ideen, ich kann das einfach nicht mehr. Das ist so gut irgendwie. Welches Projekt meinst du, Dark? Was kreativ wo? Du? Dein Kopf hat sehr oft kreative Ideen. Finde ich jedenfalls. Oh Gott. Ah, jetzt muss man sich immer hier so ein bisschen beeilen. Wir sind wieder vereint. Wuuuuh. Awww, wie süß. John! Oh, das ist cute. Kann das Spiel heute auch schon so süß zu sein? Ich will das nicht.